Unter Norga 2017, Bärgrill ist wieder dabei. Wir stehen hier an unserem Snackstand und zeigen zu unserer bewährten UNO TOP HOT, unsere neuste Kreation, die UNO TOP COLD, unsere kleinste Umluftkühl-Vitrine im Programm. Unser zweites Highlight in diesem Jahr auf der Inter Norga, unser COLD REC, bestens geeignet für den Impulskauf im Shop-in-Shop-System. Untertitelung des ZDF für funk, 2017